hallo und herzlich willkommen zu dem defiance beta key gewinnspiel ja ich habe ja alles schon auf der seite so adeo.ca eingetragen müssen jetzt nur noch hier auf let's see who the winner is now drücken und ja wait a moment please und die drei glücklichen gewinner sind chriscott006 fenix und freakso ja ihr solltet jetzt definitiv in euren youtube posteingang reinschauen denn da wird für euch der key drin stehen ich wünsche euch viel spaß mit dem teil ich bin gespannt ich bin schon direkt gerade am runterladen deswegen habe ich das auch so früh gemacht also viel spaß und bis zum nächsten mal